Oben drüber, das hier, also das ist jetzt hier die Hauptseite von der Erde unserer Enkel. Das ist im Prinzip das Einzige, was ihr aufschreiben müsst, diese fünf Worte, wenn ihr uns finden wollt. Weil wenn ihr in Google die La Tierra de Nuestros Nietos auf Spanisch eingebt, dann gebt euch Google nur Seiten. Oder die ersten Treffer sind alle auf unsere Seiten, auf meine Seiten, unsere. Also Tupanbae ist immer unser, ist ja klar, ist ja allgemein, gehört allen. Und da findet ihr das ziemlich einfach. Es gibt also hier jetzt einen ganz normalen Stream, in dem halt verschiedene Projekte einfach produziert werden, wo man Projekte hinschicken kann. Also das ist wie eine Forenseite, die kann selber Dinge veröffentlichen oder man kann halt, wenn man sich in den Netzwerken bewegt, wenn man irgendwas Tolles findet, eine Idee hat, das halt da hinschicken und das wirkt dann wie ein Verteiler. Da haben wir dann hier die verschiedenen Leute, die auftauchen. Das bin zwar immer ich in verschiedenen Optionen, aber das macht ja nichts, braucht ja keiner wissen.